Da ist doch die City Hall nicht gerade. Bin ich doch genau richtig? Ich bin mit einem Müllwagen. Ja, und alles zersäbeln hier. Schnell raus hier. Oh, 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 gut. Was ist mein Müllwagen hier umgefallen? Zis, 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 meiner steht vor der City Hall. Kannst du nehmen. Nee, nee. Ich bin schon oben bei dem Winewood-Schriftzug. So, was machen wir jetzt? Ach ja, und falls du irgendwie irgendwo hinfahren willst, dann musst du, glaube ich, Slash-Navi eingeben. Oder hast du dein Navigationssystem? Warte mal, ich habe gerade den Führerschein gestartet. Oh, jetzt muss ich den Führerschein durchgehen. Ja. Da werden dir jetzt alle Regeln also vorgelesen. Dann musst du so einen kleinen Tester machen. Okay. Also, rechts vor links. Rechts vor links. Was? Wer macht denn rechts vor links? So ein Quatsch. Ah. Mein Müllwagen ist so schwach, da kommt kaum den Berg hoch. Warum steht eigentlich vorne bei mir, will bet for money? Das ist ja, es gibt es ja nicht. Ich muss mir neue Klamotten kaufen. Verkehrskontrolle, bla bla bla. Muss ich rechts ranfahren. Oh, Lizenz zeigen. Oh, Show License ist oder Show Perso. Auch gut. Ah, Perso brauche ich noch. Korrekt. Geht ein bisschen langsam her mit dem Anzeigen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Sinnlos rumsteppt, abgeschleppt und auch dann parken. Aha. Am besten auf dem Parkplatz parken. Auch nicht schlecht. Ja, ich habe mir gestern ein Auto gekauft, aber habe es schon abgeschossen mit Slash Lock und alles. Und dann am nächsten Tag komme ich mein Auto weg. Ja, abgeschleppt. Siehst du? Ach, du musst auch noch abschließen. Oh. Ja, mit Slash Lock. So, die iPhone geht los. Warte. Ach ja, mit Space hier. Was? Handbremse. Was denn jetzt? Also, welche Vorwärtsregen? Rechts, links, rechts, vor links. C. Äh, womit muss ich noch mal bestätigen? Space. Der Leertaste. Nö, stimmt nicht. Was? Lügner. Lügner, stimmt nicht. Bei mir hat es nicht mehr. Ah, so, ja. Bei mir ist Steuerung. Alles klar. Ja. Oder mit der Maustaste, natürlich. So, was jetzt? Das war richtig. Und jetzt? Da bist du auf die nächste Frage. Ah, da ist sie. Das dauert halt so ein bisschen. Ich muss natürlich rechts ranfahren. Was sonst? Wenn der Beamte mir in Not begegnet. Oder ich mach die Fenster runter und winke. Ja, genau. Was machst du, wenn eine Ampel rot anzeigt? Ich fahre einfach weiter. Oder ich parke mein Auto und steige aus. Ja, da wird es. Ich glaube, das war bei mir B war das. Ja, ich halte an und warte, bis sie grün aufleuchtet. Ja. Oh, 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 ich glaube, ich baue gleich einen Unfall. Oh, wie schnell darfst du in einer Spielstraße fahren? Äh, Schrittgeschwindigkeit. Langsam. Ich nehme einfach langsam. Nein, Schrittgeschwindigkeit. Ich habe langsam genommen. Aber Schrittgeschwindigkeit stimmt. Ich habe langsam genommen. Ich habe bestanden. Yeah. Und jetzt kann ich die Perso abholen. So, ich bin fast fertig. So, in 15 Minuten kann ich wieder dahin, ja? Ja. Okay, dann gehen wir mal raus. Ich darf Auto fahren. Ich meine Mission fertig. Und Hürtenspringen. Yes. Wo ist mein Müllwagen? Ach, hast du mir meinen Müllwagen genommen? Nein. Soll ich mal vorbeikommen? Ja, der ist wieder abgeschleppt. Ja, hier in der Nähe stand auch irgendwo, glaube ich. Was? Weiß nicht. So, ähm, E-Engine. Du fattest den Motor. Du hast den Motor gestaltet. So, jetzt habe ich 11.000 und was mache ich Ihnen jetzt? Jetzt muss ich irgendwo, äh, ja. Mir ein Häuslein, eine Wohnung mieten. Äh, die sind alle, glaube ich, zu teuer, wa? Ja, ich habe 15.000 und ein paar Tausend noch auf dem Konto. Ja, also 11.000 habe ich. So, wo bist du? Ich bin gar nicht mit meinem Müllwagen hier vorbeigekommen. Jo. Komm, jo. Nein. Darfst du es mitmachen? Zu spät. So, wo fahren wir hin? Wir fahren mal wieder zur Jobstelle, weil da kann man vielleicht ein paar eigene Jobs oder so machen. Ja gut, ich gerade nicht. Ich habe ja immer noch Müllmann. Vielleicht darf ich jetzt wieder fahren. Warte, Navi. Warte, ich probiere mal. Warte, kann sie zum Autohaus gehen, was damit? Nee, ich muss noch warten, bis ich fahren kann. Ja, mach mal zum Autohaus. Ja, will ich Autohaus. Okay, äh, Ziel gesetzt. Wir fahren los. Aber ich glaube, wenn wir so Müll... Das Auto, da ist ein Auto. Da ist ein Bobcat. Wenn wir Müllfahrer sind, dann müssen wir, glaube ich, kein Besteuerns-Tag. Kann das sein? Ach, du willst das Auto und ich die Müllkarre? Ja, du darfst bei mir auch einsteigen, da sind wir viele Schläger. Ach so, warte mal. Ich steige gerade mal wieder aus hier. Ich komme, bin drin. Oh, jetzt kann ich wieder. Jetzt kann ich wieder Müllmann. Warte, ich mache Müllmann. Kannst du? Ja, fahr mich zurück zum Müllauto. Ich kann gerade wieder. So, ich bin gerade da. Okay. Ich mülle mich durch die Gegend. Och, die Karre ist weg, na, super. Okay, egal. Ich gehe nur schnell zum Autodiscounter. Ja, bevor ich das starte. Discount. I will count for the discount. Oh, train hard. Oui! Deine Tür ist auf die Tür. So, eine schöne Weitsicht, jawohl. Und da fährt er. Ein Paar. Quiii! Ich habe die Kontrolle verloren. Junge, was schlitterst du über die Straße, ey? Ich habe die Kontrolle verloren. Joffrey Kevinator, bam! Ganz genau. Ich habe die Cinemakamera an. Oh ja, wir sind da. Wo sind die Autos? Viel erreicht. So, dann steige ich mal aus. Äh, ja. Hier, da ist so eine kleine Achtung, glaube ich. Da sitzt schon ein Fahrzeug. Oh! Kann ich mir jetzt was aussuchen? Äh, denken von oder so. Ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht. Hier steht jetzt nur ein Auto und ich weiß nicht, was ich machen soll. Links drücken. Aha. Ach so, jetzt steht da auch ein Preis. 10.000. Moment. Was ist das denn wählen mit... Moment, hiermit? Ah, Remington 10, 6. Der Bolida hat einen neuen Namen. Schreibt mir dann, alter Name Bolida 100. Musst du mich mal umbenennen wegen YouTube? Oh, ich hole mir so einen Lowrider. Wen interessiert das? So, ich habe mir einen gekauft und wo ist der? Ich habe mir auch einen gekauft, einen Lowrider. Wo ist denn der? Äh? Ach da, Freunde, stehen die auf dem Parkplatz. Ja. Ich habe mir so einen schönen kleinen Lowrider geholt. So, warte, erst mal musst du Slash-Log eingeben. Oh, ich muss zur Kfz-Stelle. Ich habe kein Auto. Wiegt sehr. Slash-Log. Du hast kein Auto, das ist mein Auto. Ich brauche ein Kfz-Zeichen, wo ist die Kfz-Stelle? Moment, C-Lash-Navi. Äh, äh. Führerscheine, öffentliche Läden, Behörden. Kennzeichen-Zulang-Stelle. Okay, folge mir zu... Warte, ich gucke selber gerade. Dann fahr ich mal dahin. So, die ist da. Ja, ich komme! Komme! Bleib stehen! Fangen mich doch. Bleibst du? Bleibst du? Alter, bleibst du? Oh, jetzt bin ich drin. Danke Gott, das Zukunft wird wirklich verrückt für alle. Ich kann nicht warten. Meeeuw. Oh! Ach, Mann, immer dieser Volida. Was, Tree? Immer dieser Volida. Ich kann mich wieder an. Wir müssen doch mitzocken, Mensch. Ich weiß. Ich versuche gerade das Spiel zu starten. Wir machen den Server einfach voll. Wir machen es jetzt. Vielen Dank.